Musik Säverin Lüthi, Viertelfinale-Begegnung gegen Kasachstan steht an. Auf was können sich die Schweizer Fans freuen? Auf eine riesen Stimmung, auf ein super Tennisfest. Wir hoffen, dass die Halle voll sein wird. Es sieht sehr gut aus. Die Tickets, die noch im Verkauf sind, hoffen wir, dass sie noch rausgehen und es gibt einen riesen Tennisfest.